Die wollen König Denno stürzen. Oh, Baby. Was geht denn da ab? Was ist denn das für eine Süße? Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Murder! To kill or not to kill. Leute, das ist der König Simulator, in dem versucht wird, der König zu sein und nicht ermordet zu werden. Wie ihr sehen könnt, Leute, Cosplay sitzt. Ich bin König Denno. Und wenn ihr das Cosplay im Fly hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Hashtag König in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Format. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Fetter Kuss. Und wir gehen mal rein und gucken, was passiert. Let's go! Oh, Leute, wir sind wohl der Typ hier und wir müssen selber König werden. Ich weiß so viel. Der lurkt hier irgendwann rum. Genauso wie wir als König jeden verprügeln müssen. Naja, nicht jeden. Das ist das nämlich. Es gibt wohl auch Charaktere, die gut sein sollen. Das weiß man immer nicht. Also, wir versuchen jetzt den König zu töten und ich hoffe, wir werden nicht drauf gehen. Let's go! Oh, Bruder. Der guckt! Ich weiß es. Ich hätte es geschafft. Ich hätte es... Nein, ich hätte es nicht geschafft. Okay, der König, der... Ja, der guckt halt immer. Und... Guckt ihr mein Gesicht an! Da ist er weg! Und jetzt sind wir König, Leute. Hail, Denno! Und ja, die schiefe Krone, die muss sein, ne? Jetzt haben wir selber Leben und... Ich weiß gar nicht, Alter, aber die sieht auf jeden Fall wild aus! Erwischt! Rein in... Boah, Junge! Ja, die geht erstmal in Kerker, die Alte. Na, so ein Ding ist das. Wer ist er denn, Leute? Ist das ein guter oder ein böser Charakter? Verpiss dich! Ja. Guck mal, die wollen alle den König stürzen. Aber nicht mit mir. Was ist er? Er ist Hafenspieler, Leute. Der hat schon die Zunge rausgehauen! Der kleine Lappen! Oh mein Gott! Ich weiß halt nicht, wer gut und wer böse ist, ne? Was ist das Problem, Leute? Ähm, wir haben anscheinend begrenzte Lebenskraft. Ja! Piss dich! Und deswegen, es ist schwierig, Alter. Hier hängen schon vier Leute in dem Kerker drin. Oh, was ist das? Will er mich töten? Oh mein Gott! Habt ihr es gesehen? Meine Leiste ist verschwunden! Oh! Okay! Wer ist er hier? Sag mal! Das kann doch nicht sein, oder was? Das ist doch ein Arsch! Ich lass da jeden in den Kerker reinfliegen! Alter, wer ist er denn? Aha! Was war denn das grad für jemand? Was wollte der mit mir machen, Leute? Oh, es ist der Magier, ne? Wir gucken uns den Magier jetzt einfach mal an. Oh! Er macht hier auf Entspannten! Wir drehen uns doch mal um! Was ist los? Magier! Mach auf da den Aal! Weg! Nicht mit mir, du kleiner Schlaminer! Oh yeah! Hallöchen! Okay, wir lassen ihn relativ gut bis zum Ende kommen. Und... Jetzt! Nein! Nein! Was passiert da? Ich dachte, ich bin hier im Königssimulator! Und nicht in irgendeinem... Digga, was war denn das für eine Aktion? Eine Runde spielen wir auf jeden Fall noch. Das war ja gerade ein ganz komischer Tod auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir lassen mal den König hier ein bisschen connecten und ey, Bruder... Boah! Er hat mich erwischt! Hallo! Ich werde in den Kerker geworfen! Ich hätte ihn umlegen können, ne? Ich hätte ihn schon lange umlegen können. Er dreht sich wieder um, dieser fette König! Er dreht sich rechtzeitig um, ne? Ich wäre jetzt hier irgendwo gewesen. Und wir machen noch mal... Ey, das war so knapp! Ich hätte ihn fast gehabt, Leute! Okay, pass auf! Ich mach first try jetzt einfach weg den König! Denn ich bin der Königsschlechter! Einfach ziehen! Willst du mich verarschen, oder was? Ey, ich bin schon dreimal in den Knast gekommen! Oh, Mann, ey! Äh, first try! First try! First try! Ja! Weg mit dir! Du alter Lappen! Gib mir die Krone! König Denno! Hat gesprochen! Und da ist der Hafenspieler erstmal, Leute! Ich weiß nicht, also durch den Priester ist die Lebensanzeige eben verschwunden! Ich weiß nur nicht, was das bringen soll, wenn wir die Lebensanzeige hier... Ähm, ja, wenn wir sie hier haben und... Was ist das denn für eine? Hallo? Hiss dich mal mit deiner dummen Milch! Du kleiner Lappen! Junge, wie schlau ist der? Ich hab gesagt, verpiss dich, Junge! So, der nächste raus! Das ist der Priester, Leute! Den lass ich auf jeden Fall verhaften! Nö! Voll gut! Also, wir kriegen direkt den absolut ultimativen Segen rein! Jetzt sind wir anscheinend unverwundbar, oder? Für immer jung, oder was? Also, läuft! Drehen uns um! Ah, das wird nicht einfach, ne? Das wird nicht einfach jetzt! Wir müssen halt wahrscheinlich... Also, worum geht's denn da eigentlich? Ich lass Leute töten! Ist halt das Business vom König, Leute! Aber wenn ich mal so überlege, was die Leute da eben mit mir gemacht haben... Keine Ahnung, ist der Hafenspieler gut? Er wird halt weggebracht und er sieht schon mit so seinen Schweißdrehen hier... ...schon ganz komisch aus, ne? Guck mal hier, der Zauberer! Also, du bist mir der größte Lutscher von allen! Verpiss dich! Da sind ganz schön viele schon im Kerker drin, kann das sein? Irgendwie ziemlich viele! Vor allem sein einer Zahn hier, Mann! Was soll denn das? So, jetzt hab ich dich! Rein in den Kerker! Wache! Die wollen König Denno stürzen! Oh, Baby! Was geht denn da ab? Was ist denn das für eine Süße? Hä? Hab ich die Frau jetzt da einfach wegges... Digga, ich hab die Frau da einfach weggeschmissen, ne? Wie krass ist das denn, Alter? Also, Leute! Tut mir echt leid! Aber die Frau, die ist auf jeden Fall mega-Rip! Äh... Okay! So ist das halt, ne? Ich meine, ich kann da auch nichts machen, aber den Typen hier, den... Der... Dieser blöde Mann, ja, wie... Kommt der da immer raus, oder was? Verpiss dich! Wie... Wie weit? Jetzt hab ich ihn! Alter Schwede, Leute! Ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, das war ultra-knapp und dass ich fast dead gewesen wäre, ne? Ich hab dem Tod als König schon ins Auge... Nein! Ich hab den Tod ins Auge geblickt! Och, bitte nicht! Oh, um Gottes Willen! Ich will da nicht wieder in den Keller! Oh, oh, oh! Wer ist er denn? Leute! Ist das ein guter? Der sieht böse aus! Ich weiß nicht, ob das ein guter ist! Keine Ahnung! Aber ich hab ihn entfernt lassen! Was ist das hier? Okay! Ha, 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 ha! Huh? Was ist denn das für ein mieser Film? Ja, Leute, das war's mit einer Folge Murder to Kill or Not to Kill Und falls euch der Königssimulator gefallen hat Lasst gerne ein Like da Wenn ihr mehr davon sehen wollt Ich würde sagen 2000 Likes Dann können wir die nächste Folge anpeilen Ich wünsche euch einen schönen Tag Lasst ein Abo für meinen Kanal da Checkt diese Videos hier aus Fetter Kuss geht raus Dano out